Alles in der Schuhe! Ich realisiere es mir einfach noch gar nicht. Es war zum Achte waren Höhe und Tiefen in kurzer Zeit. Es war ein emotionales Finale, es war ein Finale auf Augenhöhe und die Belohnung war aller hatte Arbeit wert. Es wird mal gefeiert und dann noch ein bisschen gefeiert und dann vielleicht noch ein bisschen gefeiert und diesen Moment werde ich nie vergessen. Ja, das kann man sehen, was das bedeutet, wenn man vier Jahre darauf wartet und darum kämpft. Wir haben nie aufgegeben und heute ist der Belohnung da. Und ich glaube, alle sind richtig stolz und ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft.